Willst du mal ein YouTube Intro machen? Yo Leute, was geht? Wir sind hier... Wie heißt das? Dirt Park YouTube. Dirt Park. Dicke Session, Timo Selim probiert. Erstmal Frontflip. Ja! Kann man ja nicht verwenden, Alter. Einstein Handy. Achso, scheiße, Mann. Wir sehen uns später. Ich weiß gar nicht genau, was das ist heute in der Jackenschwick. Aber wir haben hier jetzt ein Airbag. Mit der Bikeschule. Ja. Willst du auch was sagen? Ja. Abonniert ihn und lasst ihn leichter. Ja, verstanden. Hier, ich zeig euch mal das Airbag. Bestes Setup für Frontflips. Ja, sicher! Steh nicht schlecht. Das war der Fehler. For the vlog! Ja! Oh nein! Nein! Alter, Winterberg Shredders hier auch am Start. Winterberg Shredder Nummer 1. Der ist sauer. Mann! Hier haben den ist saugut. Boah! 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 Alter! Seit wann kann der Fahrrad fahren? Ja, ich grebe mir den Rücken ein. Komm her! Ja! Nein, ich wollte eigentlich deinen Rücken ein kriegen. Waaah! Das war ein stretchy tail. Last train! Ja, egal! Ich komm mit! Ja! Waaah! Was? Waaah! Cool! Was? Cool! Cool! Yo! Alter! Ja! Ich geh zu warm hier! Pfff! Fast cool! Oh, der ist ja echt ganz nett zu dreiern! Oder Hefe! Oder Bananenweizen und so! Let's go! Let's go! Trailsfahrer! Ja! Ey, wollen wir Train fahren? Ja, fahr du mal vor! Was machen wir denn? Dreier! Ja, komm! Nö! Train! Lass mal gerade machen! Alter, hat der Kicker gewackelt! Junge! Alter! Alter, der war so sketchy! Yo! 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 Oh Gott! Schade eigentlich! Sah, Alter! Oh Gott! Scheiße! Sah, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Das ist ja verrückt! Blockübernahme! Alter! Ist der gerutscht! Jetzt ist der Kicker gewackelt! Jetzt ist der Kicker gewackelt! Scheiße! Rapp die Kurve, Jan! Hör auf, Kappi!